bei den serien von choices ist es so am anfang ist es natürlich immer so ein bisschen ein ausprobieren wie viel serum ihr braucht ich gebe euch den tipp wenn ihr das serum nach hause bekommt versucht es erst mal so mit einem pumpstösel ihr bekommt die bei choice ist ja in so einer schönen glasflasche das sieht aber ganz genau wie viel serum ihr noch zu hause habt weil es gibt ja nichts schlimmeres als abends sich nochmal schön zu machen und dann zu merken mein serum ist leer und das ist das tolle hier bei choices habt ihr eine glasflasche da seht ihr immer ganz genau wie viel serum habt ihr noch zur verfügung so wenn ihr die serien anwendet versucht es erst mal am anfang mit einem pumpstösel und dann fangt ihr an das in euer gesicht aufzutragen und einzuarbeiten schön dass die haut einmassieren das serum ihr werdet merken es zieht sofort ein ihr habt nicht nicht lange ein feuchtes gefühl das ist gibt der haut zehn sekunden 20 sekunden dann ist das serum schon eingezogen wenn ihr merkt nach dem ersten pumpstösel und ihr das eingearbeitet habt auf die haut die haut fühlt sich so an als hätte sie sie gern noch mal ein bisschen mehr gebt gern noch mal ein pumpstösel dazu und arbeitet nach ihr werdet merken der zeit wenn ihr die serien von choices regelmäßig anwendet morgens und abends dann braucht die haut anfangs etwas mehr und wenn die haut aufgebaut ist wenn die haut durchfeuchtet ist wenn die haut regeneriert ist dann braucht die haut auch weniger von dem serum jetzt möchte ich euch noch mal so ein paar pflege tipps geben was passt besonders gut bei choices zusammen vorneweg möchte ich sagen das schöne ist ganz egal für welche 24 stunden creme ihr euch entschieden habt ob es die hydrations creme ist ob es die regenerations creme ist oder ob es die anti aging creme ist jedes serum funktioniert mit jeder 24 stunden creme bei choices das ist das perfekte da bekommt ihr wirklich jedes serum was ihr wünscht für eure haut was ihr erreichen wollte in eurer haut das könnt ihr so verwenden und ihr braucht auch nicht nur ein so ihr könnt auch sagen ich möchte ein serum gegen die einfalten ich möchte das hydration serum das ist möglich bei choices jedes serum harmoniert auch miteinander gerade mit der 24 stunden creme und baut die wirkstoffe zusammen und arbeiten das so natürlich perfekt in der haut es gibt serien die würde ich euch morgens und abends empfehlen dann gibt es serien bei denen würde ich sagen ja das sind eher so serien die gibt ja für die morgens oder tagespflege auf die haut und dann gibt es serien da würde ich euch empfehlen das ist perfekt für die nacht zum beispiel mein hydration serum das ist ein serum das würde ich euch auf jeden fall wenn ihr morgens eure haut pflegt das gehört für den tag gerade in der kalten jahreszeit wenn die luft in den räumen trocken ist ja wenn die heizungsluft die haut austrocknet dann ist es ganz ganz wichtig die haut für den ganzen tag mit viel feuchtigkeit zu versorgen genauso finde ich das vitality serum ein serum was perfekt ist für den tag denn hier mit vitality schützt ihr den ganzen tag über die haut von den freien radikalen vor den uv strahlen egal von der sonne oder auch gerade von den laptops von den computern von dem modernen fernsehgeräten oder den led lampen das ist ja wenn wir nachts schlafen ganz klar haben wir die augen zu das licht aus da brauchen wir das vitality jetzt nicht so dringend wie am tag dann das sind zum beispiel zwei serien einmal das anti wrinkle serum und einmal das vitamin c boost serum das ist ein serum das würde ich auf jeden fall zusammen verwenden wenn ihr sagt so ich möchte was gegen das haut altern tun ich möchte da meine falten wieder so in schach bringen ich möchte da arbeiten der haut das zusammen das wirkt wirklich wunder so würde ich euch das ans herz legen ganz klar für die nacht gibt es ein serum das ist auch nur für die nacht das night repair serum das ist ein serum das bitte bevor ihr abends eure creme auftragt das night serum auf dem gesicht schön auftragen schön einwirken lassen und das wirkt natürlich auch ganz besonders gut mit dem anti wrinkle serum gerade für die nacht wenn die in der körper und die haut die zeit hat sich zu regenerieren sich zu reparieren dann ist das eine ganz tolle kombination würde ich euch so ans herz legen dann habe ich ja noch das körper rose serum und das ist ein serum da würde ich euch bitten wenn ihr sagt ich leide unter körper rose ich möchte dagegen angehen ich möchte dass sich das verbessert verwendet dieses serum sowohl morgens als auch abends denn somit arbeitet ihr 24 stunden daran einfach da an dem dann den optischen an dem optischen was man sieht von der körper rose an den gewalteten äderchen da arbeitet ihr einfach entgegen 24 stunden am tag und somit kann der effekt natürlich auch viel viel schneller sichtbar werden wenn wir da dran bleiben bei dem augen serum ist es so dass gerade am anfang wenn ihr anfang mit choices mit choices eure haut zu pflegen auch ums auge herum würde ich euch empfehlen morgens und abends das augen serum anzuwenden wenn ihr gerade so nach einem hautzyklus der ist ja in der regel so ein monat wenn ihr merkt so wow da hat sich echt was getan die haut ums auge ist strahlender ist glatter ist ja die augenringe haben abgenommen sind abgeschwollen dann könnt ihr sagen okay ich benutze es vormittags oder zur morgenspflege und lasse es abends weg ansonsten würde ich sagen auf jeden fall morgens und abends benutzen so wenn ihr noch irgendwelche fragen habt zu den serien oder zu choices dann lade ich euch natürlich recht herzlich ein unten in der kommentarzeile fragen zu stellen anregungen zu geben und ich freue mich schon auf das nächste tutorial und ich freue mich natürlich wenn wir uns sehen wenn ich mit choices bei 123 tv auf sendung bin bis dahin pflegt euch schön und eine gute zeit ich freue mich schon auf das nächste video